so heute ist der große tag wir gehen ins viking spiel vikings gegen arizona cardinals glaube ich ja wir haben jetzt 37 oder so und dann geht es auch gleich schon los ich freue mich wir sind jetzt am stadion angekommen und ja da ist jetzt noch vor stadt dann geht es gleich ins große stadion rein wir haben jetzt auch ein stadion geschafft das echt riesig ist glaube es hat 60.000 sitze oder so also deutlich größer als irgendwie was es hieß düsseldorf vingsburg von saßens wir haben jetzt die plätze gefunden und jetzt gehen wir noch schnell irgendwie was zu essen wollen oder so mal mit der karte Vielen Dank. Ich habe mir noch Essen geholt. Lecker Stadionessen. So, wir sind jetzt, wie man unschwer im Hintergrund erkennen kann, wieder zu Hause. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen Eindruck von einem NFL-Spiel bekommen. Und, also ich fand es einfach super. Es war wirklich eine tolle Erfahrung, die ich einfach auch machen wollte. Und, also es war, zum einen ist dieses Stadion riesig und total modern. Also es ist wirklich, ich meine, 66.000 Sitze, also es ist, meine ich, wenn ich mich recht erinnere, vergleichbar mit so Allianz Arena oder sowas. Also es ist ein großes Stadion. Und dazu ist es noch klimatisiert, wie man es von den Amis gewohnt ist. Es ist eben komplett überdacht und die Hallentore können sich öffnen und schließen. Also im Winter ist es da drin immer noch warm, obwohl es draußen minus 30 Grad sind. Das ist echt beeindruckend. Es war ein super Spiel, also wirklich, das war mehr beeindruckend, als ich es erwartet hatte. Wann? Ich war schon mal im Football-Spiel in Deutschland und ich habe gedacht, dass es eine ähnliche Atmosphäre wird, aber es war komplett anders. Also diese, was waren das? Ich glaube, 60.000 Sitze waren wirklich komplett ausgebucht. Kein einziger Sitz war frei. Okay, kein einziger ist übertrieben, aber es war wirklich komplett voll. Die Amis haben einfach irgendwie anscheinend mehr so Teamgefühl. Was ich noch vergessen habe, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr habt so ein bisschen gesehen, wie so ein American Football-NFL-Spiel in echt aussieht auch. Also nicht in echt, weil es ist immer noch ein Video, aber wie es theoretisch aussieht, wenn man es außerhalb vom Fernsehen ausguckt. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.